Ich habe das EGK-Telcare-Modell gewählt, weil es für mich als Mutter und berufstätige Person die einfachste Art ist, eine medizinische Beratung oder Behandlung zu erfahren. Ich schätze es wirklich sehr, dass ich zu jeder Zeit, tags wie nachts, eine medizinische Konsultation erhalten kann. Ich muss in keine Arztpraxis gehen, sondern es steht mir eine Medgehtärztin oder ein Medgehtarzt zur Verfügung, dem ich mein Anliegen schildern kann. Außerdem, wenn es dann ein Rezept benötigt, wird dieses direkt in meine Wunschapotheke gesendet und ich kann es dann dort abholen. Wenn ich es zusammenfasse, ist es zum einen die Zeitersparnis. Ich entlaste durch diese Art der Behandlung des Gesundheitssystems und profitiere zusätzlich noch von günstigeren Prämien. Die Medgehtärztin rief mich innerhalb kürzester Zeit zurück. Sie stellte mir umfangreiche gezielte Fragen zu meinen Beschwerden und aufgrund meiner Antworten empfahl sie mich direkt an eine Spezialistin. Bis zum nächsten Mal!